Beim Doktor Ganz voll ist beim Doktor im Wartezimmer. Die Leute stöhnen, schauen aufs Handy, da warten sie gar nicht mehr. Leid im Mosa, Bayerin, genießt die erzwungene Ruhe. Nimm ihr, auch der Lorenz, ihr zweit jüngster Bub. Selten tut die Bayerin zum Stadtdoktor treiben. Sie konnte ja fast selber ein Doktorbuch schreiben, als Mann von sechs Buben, von denen Allmänner schreit. Und auch sinst, hat's von morgens bis g'schnachts wenig Zeit. Lorenz Mosa, wo oft endlich die Vorzimmerfrau, da auszücheln, hinlegen, der Bub folgt genau. Nach einem Weilerl, kommt auch noch der Doktor daher. Na, Birbel, wo fallst du denn? Tut dir irgendetwas weh? Der Bub schaut die Mama an. Was soll er jetzt sagen? Der Doktor tut komische Sachen vor. Die Mam schaut den Buben an. Schlagt die Hände zusammen ganz dritt. Meine sehr, ich hol dir einen vollischen Buben mit. Ich danke. Ich danke.